Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Match. Was riecht denn hier jetzt so komisch? Medizin. Medizin? Medizin. Hm, okay. Jedenfalls willkommen zurück zum nächsten Match. Auf unseren Luftschiff. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, wie das Spiel heißt. Das spielte jetzt nicht ganz auf Icarus Online. Jetzt im dritten Pfad und dann merke ich endlich mal irgendwann an, wie das Spiel eigentlich heißt. Sehr geil. Ich bin wieder auf einem Pyramidion. Ich auch. Und aber leider ohne. Wir haben einen IE-Engineer und Petito als Gunner. Aber ich bin diesmal rote... War ich auf meinem roten Team? Ne, ich war von dem blauen, oder? Ja, man wechselt irgendwie die Farben. Oh, nice. Okay. Heißt, du bist jetzt im blauen Team? Ich bin im roten. Du bist auch im roten? Ich bin im blauen. Ich wollte schon sagen. Dann wären wir im selben Team. Immerhin. Wenn auch nicht unbedingt auf dem selben Luftschiff. Ich bin im roten Team. Nee, nee, nee. Es ist überleidigbar, dass ich das letzte Spiel gegen ihn gewonnen habe. Ja. Wohl. Aber... Ganz bestimmt. Naked Sun? Gamer bist du wieder, ne? Ja. Awesome. Naked Sun. Nein, nein. Ich hab dir gesagt. Ich hab mir juice ... Meinser. Und ich hab? Naked Gunner. 沒 problems. Komm! Der Obo! Nein! Wir haben unseren Kumpel getötet! Nein! Das gibt Rache! Für den nächsten! Rache! Für Sherlock? Nein! Ich hab keine Ahnung wie das hier hieß! Hey! Oh scheiße! Oh scheiße! Warum? Wir haben einen scheiß AI-Ingenieur und der repairt hier einfach gar nichts. Ah! Verdammt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich will wieder ballern können! Dankeschön! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sie sind hinter uns! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der Löwenkopf! Der Löwenkopf macht euch fertig! Ich skipp dir gleich! Oh scheiße! Oh sie sind so nah! Sie sind so nah! Und ich komm nicht an sie ran! Ja! Fürchte aber nicht! Dreh doch mal dieses dämliche... Nein! Nicht schon wieder! Ach man! Ja! Es geht doch nicht! Achso! Das war bei dir! Ja! Ich darf schon! Mann! Die beiden sind kaputt, du Idiot! Nein! Ach man! Yes! Okay! Ich hab irgendwie... Ich hab ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei! Wir sind down! Ja! 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 So viel dazu! Es fängt gut an! Ja! Nix! Good job! Fuck you! Good job! 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 Voll die Luftpiraten, ey! Mhm! Captain! Please deploy! Thank you! Attack the hull, not the balloon! Ich... Ja! Natürlich! Mach ich doch! Aber das ist mit dem Scheißteil ein bisschen schwierig! Oh sorry! Ich hab dein eigenes Schiff gerannt! Ich grell dich mal an! Was? 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Voll süß! Oh sorry! Noo! Nooo! Come on! Come on! Weiter! 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 Dann kann ich flammieren! Go! Go! Bam! 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 Was denn? Uns? Oder wen? Nein! 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 Oh, dankeschön! Schön, dass er... Schön, dass er uns vorm Abend... Nein, nein! Nicht ihr, den anderen! Wuuuuh! Ja, unter anderem ist er tot! Nein! Oh Gott, ey! Schon drei Punkte gegen uns! I know! Thank you! I'm good! Fuck you! Oh, ich wünschte, ich könnte dir im gegnerischen Team eine Nachricht schreiben! Kann man flüstern? Wer weiß... Kannst ja mal gucken... Mach, mach, mach... Man kann's im Match schreiben! Wenn du auf J klickst! Dann kann das jeder lesen! Ich will aber nicht im Match schreiben! Ich will dir schreiben! Ja, dann kannst du einfach mich gut anschreiben! No, 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 no! No, 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 no! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Oh! Achso, das ist ein... Ach, das ist keine AI mehr! Oh, der Ballon! Da ist immer noch ein... Oh! 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 Kümmert euch doch mal um die Hülle. Jenny. Was dachte, hier gibt's einen Flammenwerfer-Namen. Nicht Jennifer? Nee, Jennifer ist nicht so böse. Ah, fuck! 18! Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, okay, das war's. Ich kam nicht mal an euch ran! Aber ihr habt uns doch gekillt! Nein, das war nicht ich. Also es war vielleicht einer von uns, aber nicht ich mit meiner Jenny. Ich komme auch dazu, mit meiner Jenny euch zu planen. Gibt's geröstete... Jahrlich, jo! Bis! Was? Unser Käpt'n hat gesagt, hey, besser, but we still got owned. Oh, come on! Was für eine positive Stimmung er einfach verbreitet, ey. Ich erinnert euch ein bisschen gelobt, ja? Ja. Aber er hat auch nicht die Realität aus den Augen gelassen. Ja, richtig! Aber das ist immer, das ist ja sehr gut, also... Ja, gute Käpt'n-Eigenschaft. Wo seid ihr? Eigentlich schon. Nicht da, wo du bist! Nicht wahr, ey. Wir finden euch schon, ne? Ja. Ich glaube, ich darf einfach nicht an die Kanonen gehen, dann verliere ich so ein bisschen die Prioritäten hier aus den Augen. Ach, gar nicht. Ich glaube, ich muss hin und wieder echt mal Gana spielen, damit ich nicht immer irgendwie, äh... Ach, der geht gar nicht. Genau, und damit ich nicht immer dazu gezwungen bin, einfach loszustürmen, wenn ich sehe, dass irgendwas kaputt ist. Ja, das ist nicht gelassen. Weil das dann im Prinzip nicht mehr meine Aufgabe ist. Richtig. Ich glaube, ich versuche das nächste Spiel mal mit dem Gana. Ohohohohoho. Das wird lustig. Ja, das ist lustig. Weil ich noch... Da bin ich immer noch auf Level 1, ey. Ohhhh. Ich bin so ein Noob. WTF? Was labern die da? Ach, da ist einer vom Schiff gefallen, weil ich ihn guckere. Die die Erhut ist. Das ist unserer, ne? Das ist unserer. Und es ist mitten in den Wolken, da denke ich gar nicht. Okay. 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 Lass mich rein. Na? Hallo? Jenny, wie du es sagst? Ich habe meine eigene Jenny. Nein. Nein. Warum fallen die alle runter? Was sind das, die Idioten? Jetzt haben wir runtergefallen. Genau. Okay. Jetzt haben wir runtergefallen. Jetzt sind wir runtergefallen. Jetzt ist es zu. Oh, ja, Baby. Oh Scheiße. Oh, ja. Das wird besser sein. Ich habe meine Jenny. Nein. Ich habe meine Jenny. Nein. Nein. Komm her! Und, 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 und! Komm, schau! Nein, ich muss nachladen! Yes! Uh, wir holen auf, Baby! Wir holen auf! Oh yeah! Oh, es läuft so gut, es läuft einfach so gut! Nein, nein, nein! Hey, hey, Vorsicht! Well done! Nice job! Thank you! Warum schreibt unser Gegner auf einmal, well done? Ich weiß nicht, aber der Idiot ist. Oh, 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 oh! Shit! Oh, oh, oh! Ich lebe mir! Ich lebe mir! Oh, oh, oh! Okay, ich lebe mir! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Suse mal, bueno! Ich zieh doch nicht. Aber ihr seid fies. Petito. Wir haben euch gleich. Was? Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Nein. Ach, das ist unser Scheiß. Oh nein. Ja. Unser Team-Mate stirbt. Nein. Ja. Schnell, wir kommen ihm zur Hilfe. Nein. Nein. Scheiße, wir landen zu langsam. Schade. Aber war ein cooles Game. War doch spannend am Ende. Halbwegs. Ja. Oh man, ich bin so cool. Jetzt wird man nicht übermütig hier. Mein Mechaniker war cool. Tja. Okay. Wow, ich war der Beste, also vom Level her war ich der Beste auf dem Schiff, aber irgendwie konnte ich das Schiff trotzdem nicht zusammenhalten. Oh, ja, ich habe alle eins. Ja, eben. Deswegen, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen, dann hätte ich mich ein bisschen mehr reingehangen. Okay. Kannst du aber auch immer während des Spiels sehen, ne? Ja, aber ich habe da nie so drauf geachtet, welches Level die jetzt sind. Von daher. Okay, dann würde ich aber sagen, war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Mal hat halt der Ekalavia gewonnen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, 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 komm, lass deine Zunge, wo sie ist. Mal gewinnt man, mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Richtig. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis denn. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war's.